Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um einen Film, der die Neuverfilmung ist, eines alten Films aus dem Jahr 1963, der damals sogar ein ganzes Subgenre begründet hat. Die Rede ist von Blood Feast, vom Godfather of Gore Herschel Gordon Lewis, der auch solche andere namhaften Splatterfilme inszenierte, wie 2000 Maniacs, The Gruesome Twosome oder Color Me Blood Red. Ja, aber mit Blood Feast damit hat alles begonnen sozusagen. Der erste offizielle durchgehende Splatterfilm, ich meine die erste offizielle Splatterszene wird ja ganz oft dem analysischen Hund zugeschrieben, aber als reiner durchgängiger Film, da hat es dann tatsächlich Blood Feast in die Geschichtsbücher geschafft und 53 Jahre später also durfte der deutsche Regisseur Marcel Walz die offizielle Neuverfilmung dieses Blood Feast drehen. Also unter Genehmigung sozusagen von Herschel Gordon Lewis, der hier auch in einem Cameo auftaucht. Im Übrigen ist es sein letzter Film, der ist nämlich dann verstorben. Man kann auch nicht genau sagen, ob er jemals diese Neuverfilmung gesehen hat. Worum geht es? Es geht um Fuad Ramses, der mit seiner Familie aus den Staaten nach Paris zieht, um dort einen American Diner zu führen und zu leiten. Und leider Gottes ist aber die Kundenlage nicht so die perfekte, sodass er sich gezwungen sieht, des Abends auch noch in einem Museum zu arbeiten, um dann entsprechend seine Familie zu ernähren. Und in diesem Museum trifft er auf eine Statue einer ägyptischen alten Göttin Ishtar. Und diese Statue beginnt zu leben. Er fühlt sich dieser Statue unterwürfig und total ergeben, fast schon wie im Fiebertraum. Und er verspricht ihr zu huldigen, indem ihr ein großes blutiges Festmahl organisiert und durchführt. Aus Fleisch und menschlichem Blut. Ja, und das ist eben dieses Blattfies. Und dazu braucht es natürlich entsprechende Opfer, um eben dieses Ritual machen zu können. Und ja, dann bewegen wir uns also fortan im Bereich Torture-Porn. Im Vergleich zum Originalfilm, der nahezu nicht wirklich eine Handlung hatte, oder man könnte frei nach Friedrich Merz sagen, die Handlung passte auf einen Bierdeckel, nimmt sich das Remake hingegen etwas mehr Zeit, die Figuren einzuführen. Ungefähr 30 Minuten muss man investieren, um die Schauspieler respektive die Figuren kennenzulernen, was ich aber auch nicht sonderlich schlimm finde. Natürlich hätte man hier und da das Ganze noch ein bisschen, ja, sportlicher inszenieren können, ein bisschen knapper halten können, aber immerhin hat man versucht, dem Ganzen eine Handlung zu geben, was, wie gesagt, der Originalfilm eigentlich nicht wirklich hat. Schauspielerisch ist dieser Film, wie ich finde, sehr gut besetzt. Man hat hier in der Hauptrolle Robert Russler, der bereits in der Stephen King-Verfilmung Manchmal kommen Sie wieder zu sehen war, oder in Nightmare 2 Die Rache. Ihm zur Seite steht Caroline Williams, die war die Stretch in The Texas Chainsaw Massacre. Und Caroline Williams war es übrigens auch gewesen, die der Produktion den Robert Russler empfohlen hat. Eigentlich war nämlich für die Hauptfigur jemand anders im Gespräch. Und warum hat sie diesen Herrn empfohlen? Die beiden waren nämlich sogar schon mal als Pärchen zu sehen in dem Anthologie-Film Tales of Halloween, den ich auch auf diesem Kanal bereits besprochen hatte. In der Figur der Ishtar, dieser ägyptischen Göttin, sehen wir Sadie Katz aus Wrong Turn 6. Und des Weiteren im Film zu sehen sind Sophie Monk, die spielte in dem Horrorfilm The Hills Run Red mit. Wir haben, wie haben wir denn noch? Wir haben natürlich Lichtgestalt Annika Kraus, weil das ein Marcel-Walz-Film ist und da spielt Annika immer mit. So also auch hier. Es gibt, ah ja, eine weitere Dame, Liliana Nova heißt die Frau. Stellen sich vielleicht einige die Frage, Liliana Nova, wer ist denn das? Vielleicht sagt euch der Name Liliana Matthäus etwas. Es handelt sich also tatsächlich hier um eine der Ex-Frauen von Fußballstar Lothar Matthäus. Und gerade bei solchen Models, wie es ja auch Michaela Schäfer im Grunde genommen ist, den traut man ja oftmals Schauspielerei nicht wirklich zu. Aber sowohl Michaela hat in Lipity More 2 bewiesen, dass sie es kann. Und die Liliana Nova macht es hier, wie ich finde, auch relativ gut. Ja, für die Intro-Sequenz nochmal ganz interessant am Rande zu erwähnen. Da fehlte eine Schauspielerin und der Robert Rassler hat dann also in dem Hotel, wo man gedreht hat, einfach die Rezeptionistin gefragt, hey, möchtest du nicht einfach, möchtest du nicht mal in einem Film mitspielen? Du würdest super, optisch super dazu passen. Es gibt nur eine Bedingung, du musst nackt sein. Aber offensichtlich war das für die junge, attraktive blonde Dame kein Problem. Und somit hat sie also die aller, allererste in der Intro-Sequenz in Blood Feast bekommen. Nackt, wohlgemerkt. Der Off-Kommentar, beziehungsweise dieser Off-Text, der auf der Intro-Sequenz draufgesprochen worden ist, das ist inhaltlich der gleiche Text wie damals im Übrigen für den Werbetrailer aus dem Originalfilm. Ja, apropos Schauspieler und apropos Probleme am Set. Für die Rolle des Polizisten, da hatte man jemand, ich kann leider nicht genau sagen, welcher Schauspieler das gewesen ist. Fakt ist, es gab dabei offensichtlich Kommunikationsprobleme zwischen ihm und Sophie Monk. Also die beiden haben überhaupt nicht miteinander harmonisiert. Und somit hat man sich dazu entschlossen, den Schauspieler auszutauschen. Das heißt also, man hat den ganzen Drehtag verloren und der Roland Freitag, das ist der Hauptkamera-Mann in diesem Film, der ist dann also eingesprungen und hat die Rolle des Polizisten gespielt. Und das macht er erstaunlich gut. Der war noch nie vor einer Kamera. Sein erster Film und eigentlich, wenn man es nicht weiß, merkt man es nicht. Muss man wirklich so sagen. Ist also echt gut gemacht an der Stelle. Das Thema Kameraeinstellungen, Kamerafahrten. Es gibt einige drohende Einstellungen, die sind sehr schön. Es gibt eine Froschperspektive-Szene aus einem Park, direkt vorm Eiffelturm in Paris. Also eingefangen ist dieser Film wirklich wunderschön. Er ist in 4K gedreht worden, ist stark fotografiert, wie gesagt. Auch das Colorgrading ist, wie ich finde, sehr, sehr gut, sehr, sehr gelungen. Und hin und wieder bei den Folter-Szenen ist er mir ein Stück weit zu dunkel geraten. Aber das sind nur echt minimale Szeneneinstellungen, wo ich es mir einen Tucken heller gewünscht hätte. Ansonsten von der Ausleuchtung her und so weiter überhaupt nichts zu bemängeln. Klaus Pfreutner, Pfreutner heißt er, glaube ich. Nennen wir ihn Klaus. Klaus hat den Soundtrack gemacht, den Score. Und das überragend gut. Also die Filmmusik ist bärenstark. Gibt es sogar als Soundtrack auf Amazon zu kaufen. Ist aber auch in dem Mediabook, was ich euch gleich zeigen werde, hier als 4-Disc-Set komplett enthalten. Und nicht nur der Score, der die Filme oder die Bilder perfekt untermalt, finde ich sehr gelungen. Sondern auch die Filmmusik. Dort ist zum Beispiel ein Song drauf, der heißt Tonight von der Rockabilly-Band Chili Con Curtis. Und dazu gibt es auch einen Videoclip. Der ist hier auch auf dem Bonusmaterial enthalten. Aber den Clip gibt es auch auf YouTube. Und ich werde in der Videobeschreibung mal diesen Videoclip, den offiziellen Soundtrack zu diesem Film auch posten. Ist ein sehr, sehr schöner Song, den ich finde und passt super zum Film. Beim Thema Make-up und Effekte muss man wirklich sagen, dass der Film für einen Independent-Film auf höchstem Level spielt. Das muss man wirklich sagen. Es gibt im ganzen Film nur einen einzigen CGI-Shot. Und das ist eine Drohneneinstellung, wie die Drohne, die Kamera, das Diner einfängt und dort halt das Schild, der Name des Diners digital verändert worden ist. Ansonsten wurden hier und da so ein paar Kabel, die noch irgendwie im Kamerabild gewesen sind, künstlich retuschiert. Aber was die Effekte selber betrifft, die Gore-Effekte, und darauf kommt es letzten Endes beim Splatter-Film nun mal an, die sind alle komplett und zu 100% handgemacht. Und das Ganze von niemandem anders als Ryan Nicholson, der hat schon unter anderem die Effekte gemacht im Predator Upgrade. Also man sieht wirklich, dass dort jemand am Werk war, der sein Handwerk versteht. Und das sieht teilweise richtig geil aus. Also, ja, ich weiß nicht. Ich habe es jedenfalls noch nie gesehen, dass ein Stück Steak sozusagen, ein Stück Fleisch aus einer Arschbacke herausgeschnitten worden ist. Das war mir zumindest neu. Die obligatorische Kastrationsszene, Schwanz ab, Schwanz ab, runter mit der Männlichkeit, die findet hier auch mal wieder statt. Da scheint Marcel Weils irgendwie drauf zu stehen, das hat er in seinen La Petite More Filmen ja auch schon zelebriert. Ja, also wie gesagt, von den Splatter-Szenen her wirklich Hut ab. Das sieht sehr, 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 sehr gut aus. So, und jetzt schlage ich einfach mal vor, dass wir uns mal dem Mediabook aus der Nähe widmen. So, beginnen wir also mit dem Spine. Man kann schon sehen, das Mediabook ist also nicht allzu dick. Ja, es ist zwar wattiert, aber es ist trotzdem nicht allzu dick. Passt also super ins Regal, nimmt nicht so viel Platz weg. Und man sieht hier schon diese wunderschöne goldene Schrift auf weißem Hintergrund. Hintergrund, ja, und wenn wir das mal uns von vorne anschauen, da sehen wir hier diesen, ja, dieses schwarz-weiße, körnige, aber dennoch eben matt gehaltene Artwork. Sehr schlicht gehalten, wir haben hier oben also keinen Hinweis, unrated, uncut oder uncensored oder sonst irgendwas. Da ist auch kein, also hier unten ist zwar natürlich das Illusions-Label zu sehen, aber ansonsten haben wir außer dem Schriftzug und Based on the Horror Classic by Director Herschel Gordon-Lewis, haben wir ansonsten keinen Text auf diesem Frontcover. Und auch hier halt matter Hintergrund, ein wunderschönes Artwork mit eben diesem in Prägeschrift gehaltenen goldenen Schriftzug. Also das ist wirklich absolut geil gemacht. So, ja, machen wir es mal auf. Gefällt mir also schon gut. Ich habe die Discs rausgenommen, wenn man einfach hier die Trace sieht und eben diese Fotos. Also hier befinden sich, wie gesagt, das sind vier Discset. Hier würden jetzt die, hier würde jetzt die Blu-ray drin sein, wahlweise in unrated oder R-rated. Und die Bonus-Discs. So, hier sehen wir also Ischda, die gibrische Göttin. Und es ist sehr viel Text. Geschrieben ist das ganze Ding von der, von Stefan von Illusions oder Stefan, der für Illusions die Booklets schreibt. Und Stefan ist auch Teil des Videokommentars, der hier auch als Bonus-Material drauf ist. Und der Videokommentar wird darüber hinaus noch gesprochen von Emsch. Das ist einer der Produzenten von Bloodfeast und von dem Clemens, der auf YouTube Playzocker-Reviews betreibt. So, hier sehen wir den Chef-Kameramann. Und das wird gleich nochmal ganz wichtig und interessant. Und hier ist ein Foto von Jails. Jails aus Mannheim ist ein, ja, ein, was ist das, ein Fetisch-Club, glaube ich. Und dort finden also diverse Partys statt, die wir hier also sehen. Da gibt es also so lustige Naked-Partys, Gangbang-Partys, Gay-Partys und so weiter. Und dieser Club war auch schon Location gewesen in Marcel-Walz, La Petite, Moor 1 und 2. So, und hier sehen wir den Kameramann also nochmal. Und wie man erkennen kann, hat er auf einmal eine Polizeioniform an. Warum denn das? Nun, es musste, er musste einspringen. Es gab jemanden in der Schauspielerriege, der sozusagen den Erwartungen nicht gerecht werden konnte. Und somit musste man hier flexibel reagieren und hat dann halt diesen Kameramann dann dazu bewogen, die Polizistenrolle zu übernehmen. Marcel-Walz, der Regisseur hier im Foto, spielt also in einem Film, in einer Bibliothek auch ein Cameo. Und hier einige Fotos von Robert Russler und Caroline Williams. So, das Ganze ist im Grunde genommen eine Art Produktionstagebuch. Hier ist die Dame aus dem Intro zu sehen. Und das hier ist Hershey Gordon Lewis höchstpersönlich. Ja, es war sein letzter Film. Er ist dann verstorben. Hier nochmal ein, oder das Kinoposter. Und zum Schluss eine Collage. Jetzt kann man sagen, hä, wie zum Schluss, da kommt doch noch massives Buchanteil. Ja, stimmt, aber der geneigte Zuseher wird feststellen, hä, das gab es doch schon mal. Stimmt, all das, was jetzt folgt, ist derselbe Buchanteil nochmal, aber halt auf Englisch. Das heißt, man hat sich hier dazu entschlossen, ein internationales Produkt auf den Markt zu bringen, sodass auch die englisch sprechenden Käufer den Buchanteil lesen können, was ich okay finde. Ja, zum Schluss nochmal ein schönes Motiv von Ischda. So, und hier haben wir jetzt also die technischen Daten. Das ganze Ding ist limitiert auf 444 Stück. Ich habe die Nummer 66. Ja, also wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Teil. Zum Bonusmaterial vielleicht nochmal ganz kurz. Es gibt auch die, ja, es gibt natürlich ein Making-of, ist klar. Die Kinopremiere in L.A., da kommen so einige Macher nochmal zu Wort. Das Ganze ist auf Englisch. Es gibt die Crowdfunding-Clips. Die Scarecam ist ganz interessant. Man hat sich also am Set gegenseitig sehr häufig erschracken. Man hat das Ganze also hierfür festgehalten. Das macht ganz, das macht eigentlich Spaß. Den Videoclip von Chili Con Curtis und halt, wie ich es ganz gut finde, hier also den kompletten Soundtrack auf CD. Also hier die letzten beiden Trays. Da ist also der Film nochmal auf DVD in der Unrated-Fassung erhältlich, sowie halt der Soundtrack als Audio-CD. So, also ein wirklich wunderschönes 4-Disc-Set vom Remake von Bloodfeast. So, was soll ich denn jetzt noch über Marcel Walz' Bloodfeast aus 2016 sagen? Außer vielleicht, dass er Unrated 98 Minuten läuft und R-Rated entsprechend 2 Minuten kürzer. Es gibt übrigens noch von Tiberius eine FSK 18er, die natürlich noch weiter gecuttet ist, die wir aber an der Stelle, glaube ich, überspringen können. Also, von den Filmen von Marcel Walz, die ich bis dato gesehen habe, das waren einige, muss ich wirklich sagen, man kann hier eine gewisse Handschrift von Marcel erkennen in diesem Film. Er versucht, durch die Bilder, die er einfängt, durch die Kamerafahrten, durch die Filmmusik und natürlich auch durch die Effekte und das Colorgrading und der Beleuchtung, all die Aspekte, die ich angesprochen habe, eine gewisse düstere Grundstimmung zu erzeugen und einen atmosphärischen Gore-Film abzuliefern. Und das ist ihm gelungen, das muss man ihm an der Stelle einfach lassen. Nun ist es aber trotzdem so, dass nun mal auch trotzdem er den Figuren entsprechenden Raum gegeben hat, sich zu entfalten, die Geschichte nicht so, ja, ausgiebig ist. Das ist einfach Fakt und insofern hätte ich es lieber gesehen, wenn der Film eine Laufzeit hätte wie etwa La Petite More 2, also etwas mehr als 80 Minuten. Das hätte gereicht. Trotzdem und gerade in Bezug auf die Effekte, wo man teilweise ganz neue Wege gegangen ist im Übrigen, also bei dieser Arschbacken-Kotelett-Szene, so nenne ich sie jetzt mal, da hat man Gelee verwendet anstatt von Latex, also man hat dort versucht, auch neue Effektwege einzuschlagen und wie ich finde, ist das ganz fantastisch gelungen. Naja, und dann ist auch die Sprache teilweise sehr vulgär, also ich blende jetzt hier mal so einen kleinen Sprach-Sample ein. Sie haben wirklich wunderschöne Augen. Freut mich, dass sie dir gefallen. Würdest du sie auch gern mal mit Sperma im Gesicht sehen? Hm? Ja, also das macht er wie gesagt ganz gut. Also, Marcel ist auf einem guten Wege. Der Film wird ihm sicherlich helfen, noch einen weiteren Sprung zu machen. Es ist definitiv noch Luft nach oben, das muss man auch sagen. Aber er macht seine Sache gut. Als reinen Splatter-Film würde ich ihm 7 von 8 geben. Als Film insgesamt, da muss man nun mal auch die ersten 30 bis 35 Minuten mit dazu zählen, ist es ein okayer Film geworden. Es ist kein Meisterwerk im Bereich Independent-Gore-Filmen, aber es ist ein durchaus überdurchschnittlich guter Film und deswegen würde ich sagen, 6 von 10 möglichen Punkten sind durchaus gerechtfertigt an der Stelle. Das Mediabook selbst, dem hätte ich noch ein paar Punkte mehr gegeben, weil das ist wirklich ausgezeichnet, ausgefallen. So. In dem Sinne, viel Spaß mit meinem Video und viel Spaß mit Blood Feast. Und bis zum nächsten Video. Viel Spaß. Tschüss. Vielen Dank.